Der neue Civic Tourer. Mit dem größten Kofferraum seiner Klasse, vielen intelligenten Lösungen und neuester Sicherheitstechnologie. So elegant haben sie noch nie alles untergebracht, was das Leben so bringt. Im europäischen Honda-Werk in Swinton, Großbritannien, rollt der neue Civic Tourer vom Band. Zum Marktstart wird der Civic Tourer mit zwei Motoren erhältlich sein. Zur Wahl stehen der 1,8i V-Tech Benzinmotor oder das 1,6i D-Tech Dieselaggregat, erster Vertreter der Earth Dreams Technology Baureihe in Europa. Diese neue Motor- und Antriebsgeneration von Honda bietet ein herausragendes Verhältnis zwischen Fahrleistung und Effizienz. Mit 120 PS und 300 Nm Drehmoment beschleunigt der 1,6i D-Tech Motor den Civic Tourer in nur 10,1 Sek. von 0 auf 100, benötigt dabei aber im Schnitt nur 3,8 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Die Reichweite mit einer Tankfüllung liegt somit bei bis zu 1315 Kilometern. Die vom 1,6i D-Tech Dieselaggregat angetriebene Basisversion S startet bei 21.550 Euro. Mit 1,8i V-Tech Benzinmotor wird der Civic Tourer in der Variante Komfort ab 22.600 Euro zu haben sein. Mit 1,8 Lite Mit 1,8i D-Tech opening 0,557 Euro zu haben. Mit 2,8i D-Tech dessa